Hallo Leute, wie ihr schon im Titel seht, geht es darum, dass ich euch entscheiden lasse, bzw. ich eure Unterstützung brauche, welche Creepypasta ich als nächstes vertonen soll, weil mir fällt gerade keine gute ein und ich habe ein paar gefunden und ich wollte euch einfach nur fragen, soll es wieder was über Pokémon sein oder soll es in eine ganz andere Richtung gehen, das heißt wieder Slenderman, Holder Series, Rake, sowas in der Art. Ja, es kam eine ganze Zeit lang nichts, ich hatte beruflich viel zu tun, sag ich jetzt mal und ja, ich dachte mir so nebenbei, könnte ich jetzt bei YouTube machen, jetzt hat sich alles wieder so ein bisschen beruhigt und ja, ich probiere den Channel noch irgendwie wieder zum Leben zu bekommen, sag ich jetzt mal. Also schreibt es in eure Kommentare, ich wäre sehr sehr dankbar dafür und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut da rein, tschüss. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, es kann auch sein, dass ich mal so einmal im Monat eine Creepypasta mache, wo einer, der von euch ein Mikrofon hat, mitsprechen kann, beziehungsweise möchte. Das werde ich dann jeden Monat auslosen und ja, jetzt aber wirklich tschüss. Tschüss.